Es war nicht einfach gewesen, wie mir Stefan, ein Freund der Architektist, erzählte, eine gemeinsame Wohnung zu finden, die dem Geschmack Monikas, seiner Freundin, vollkommen entsprach. Monika, die weniges mehr verabscheute, als dass man sie, die mit ihren Vornamen ohnehin unglücklich war, spaßhafterweise Moni nannte, empfand sich nicht nur als anspruchsvoll, sondern auch als stilsicher, erzählte mir Stefan mit einiger Verbitterung, was aber, da die Beziehung sich in einer schwierigen, wenn auch nicht aussichtslosen Lage befand, verständlich war. Nur zwei, drei Viertel der Stadt kamen überhaupt in Frage. Nicht zu schick sollte die Gegend sein, um den Eindruck des allzu arrivierten zu vermeiden, andererseits auch nicht zu unterschichtig, schon da man mit großer Ernsthaftigkeit plante, recht bald ein Kind in die Welt zu setzen, für das man einen Kindergarten benötigen würde, in dem vorzugsweise Deutsch und auch allerdings auf ganz spielerische Weise unterrichtshalber Englisch gesprochen wird. Überdies hatte Monika in einem Buch, das sie sehr mochte, gelesen, dass man eigentlich nur in eine Wohngegend ziehen sollte, die sich zielstrebig von einer Guten in eine sehr Gute wandelt. Man besichtigte nur Altbauten. In der einen Wohnung schien der Straßenlärm zu dominant, wenn man die Augen schloss und sich darauf konzentrierte. In einer anderen, zwei Stockwerke über einem italienischen Restaurant gelegenen, fürchtete Monika einen möglicherweise von der Gastronomie her rührenden Schabenbefall, für den es aber keine Anzeichen gab. Schien die Sonne nicht ganz ungehindert auf das Parkett der besichtigten Wohnung, die selbstverständlich gen Südwesten ausgerichtet war, empfand sie diese als ziemlich finster. Entsprach die Raumhöhe nicht ihren Vorstellungen, je höher, desto besser, fühlte sie sich eingeengt wie nur Flugreisende, die bebend von mangelnder Beinfreiheit sprechen und machte ihre Beklemmung auch bereits während der Begehung und im Angesicht der sich räuspernden Maklerin durch gestenreiche Unmutsbekundungen deutlich. Einfach war es nicht, sagte Stefan, dessen Rede ich hier mit einigen Auslassungen, auch da ansonsten der Rahmen des Kapitels gesprengt würde, wiedergebe nach bestem Wissen und Gewissen. Kurzum, nach ausdauernder Suche fand man zwar eine etwas überteuerte, aber Monika halbwegs zufriedenstellende Immobilie in einem der drei zur Auswahl stehenden Viertel, das zufällig auch jenes war, in dem ich wohnte. Es gab in der Straße einen Asiaten, der Gemüse und Lebensmittel verkaufte, zwei Häuser, weiter ein Café mit doppeldeutigem Namen, in dem gutaussehende Mütter mit ihren Kindern saßen, Ladenlokale, die Freiberufler zu Büros umfunktioniert hatten und so weiter. Die Wohnung hatte vier Zimmer, die bis auf eines sehr hell waren. Die Raumhöhe war doch zufriedenstellend, 3,20 Meter. Es war gründlich renoviert worden, aber, wie man sagt, liebevoll. Das, was man erhalten konnte, hatte man erhalten, die alten Türklinken, manch altes Fenster, die mit Pflanzenmotiven hübsch verzierten Kacheln in der Küche über die Zeit gerettet.